Hola, hier aus Mexiko. Der Freddy hat uns gefragt, ob wir mal einen Blick hinter die Technik unserer Show Tiempo de Fuego werfen könnten. Klar, das machen wir. 18 Flammensysteme, 500 Meter Signal zu Leitungen und das alles im Wasserbecken von Chiapas. Das computergesteuerte Flammensystem taucht im Wintertraum jeden Abend den Himmel über Mexiko in ein atemberaubendes Flammenmeer. Und das sekundengenau getaktet auf die eigens für die Show komponierte Musik. So, mittlerweile ist es schon etwas dunkler geworden. Wir machen gerade noch ein paar Flammtests. Die Flammen sind aber natürlich nur ein Punkt der Show. Der nächste wichtige Punkt ist das 3D-Mapping. Und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt. 16 redundant verschaltete Hochleistungsprojektoren erwecken die Felsformation in Mexiko zum Leben. Die fünf Beamer-Schränke werden extra für die Show jeden Abend neu kalibriert. Ein eigens für das Phantasialand produziertes 3D-Mapping lässt jeden Abend auf der 1200 Quadratmeter großen Felsenoberfläche die Grenzen zwischen Realität und Traumwelt verschwimmen. Ich hoffe, wir konnten die Frage damit beantworten. Wenn ihr noch irgendetwas wissen möchtet, hinterlasst es uns einfach unten in den Kommentaren. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Abonnierst. Bis dahin, bleibt neugierig. Abonnierst. Musik Abonnierst. 行